Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, ich sende Ihnen weihnachtliche Grüße hier aus dem Rathaus Ihrer Heimatgemeinde. Wenn ich so aus dem Fenster schaue unseres Rathauses, dann sehe ich eine lebendige Gemeinde, eine Gemeinde voller Dynamik, eine Gemeinde, in der viele Menschen aktiv sind, um uns etwas Gutes zu tun, sei es an ihrem Arbeitsplatz, sei es in ihrem Eigenheim oder im Verein bei ehrenamtlichen Aktivitäten. In Hövloff pulsiert das Leben. Sie sind bereit, Verantwortung zu übernehmen an den verschiedensten Stellen, um anderen etwas Gutes zu tun. Und genau das macht unser Hövloff so besonders, dass es uns nicht egal ist, wie es hier weitergeht, sondern dass wir uns selbst mit einbringen, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seiner eigenen Facette. Und so ist auch im Jahre 2021 wieder sehr viel passiert. Ich denke an das Feuerwehr Gretaus, was wir jetzt auf den Weg gebracht haben, um unseren fleißigen Feuerwehrkameradinnen und Kameraden ein neues Zuhause zu geben. Denn sie brauchen dies dringender, denn je, sie stehen Tag für Tag bereit, um uns vor den Gefahren zu schützen. So wurde auch das neue Hallenbad auf den Weg gebracht. 95 Prozent haben gesagt, wir brauchen dieses neue Hallenbad. Unsere Kinder sollen weiter hier schwimmen lernen können. Wir brauchen Schulschwimmen, Vereinsschwimmen, Integrationssport und natürlich auch Freizeitgestaltung im Hallenbad. So wie es seit 50 Jahren hier Gang und Gäbe war. Doch sie haben auch gesagt, nicht die Gemeinde, sondern wir, wir Bürgerinnen und Bürger, bauen dieses Hallenbad für die Gemeinde. Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen mit Hand- und Spanndiensten. Wir sind bereit, das Hallenbad schneller zu bauen und auch günstiger zu bauen, als wenn es die Gemeinde hätte selbst durchführen müssen. Das ist schon deutschlandweit etwas Besonderes. Ich bin sehr, sehr stolz, dass wir so etwas in Höfloff haben. Dieser spezielle Höfloffer Weg ist einfach einmalig. Oder schauen wir zum FC Höfloff Riege, der in diesem Jahr seinen neuen Trainingsplatz errichtet hat. Auch mit eigenen Kräften. Wir haben lediglich einen Zuschuss gegeben, aber den Rest hat der Verein selbst geführt. Das ist Höfloff, das ist der Ort, den ich so liebe, den ich so schätze. Aber nicht immer sind es die großen, die sichtbaren Dinge, sondern vieles findet hier auch im Verborgenen statt. Ein offenes Ohr für den anderen, der in Not ist. Oder ein Zuspruch für denjenigen, der ihn einfach mal braucht. Da passiert so viel hier in Höfloff. Und auch da darf ich jeden ganz, ganz herzlich danken, der für andere bereitsteht. Doch nun gehen wir in ein neues Jahr, das Jahr 2022. Auch hier werden wir wieder vor großen Herausforderungen stehen. Natürlich möchten wir, dass die Pandemie möglichst schnell zu Ende ist. Denn wir möchten uns wieder viel, viel häufiger begegnen. Wir möchten wieder miteinander feiern. Wir möchten wieder miteinander gesellig sein. Das vermissen wir doch so sehr. Und auch dafür steht Höfloff, dass wir das besonders gut können, im regelmäßigen Austausch, im Gespräch miteinander und nicht im Schreiben übereinander zu kommunizieren. Und da freue ich mich riesig drauf, Sie alle im nächsten Jahr wiederzusehen. Doch feiern wir jetzt erstmal ein wenig Weihnachten. Kommen wir ein wenig zur Ruhe. Sind wir dankbar über das, was wir selbstverständlich tagtäglich bekommen. Ein warmes Zuhause, ein tägliches Brot, eine angenehme Familienatmosphäre. Und die wünsche ich Ihnen ganz, ganz besonders in den nächsten Tagen. Genießen Sie es. Genießen Sie jede Stunde mit Ihren Lieben. Kommen Sie dann aber auch gut in das nächste Jahr hinein. Feiern Sie ein wenig im Rahmen der Möglichkeiten. Und dann lassen Sie uns gemeinsam durchstarten in das Jahr 2022. Schöne Weihnachten, einen guten Rutsch. Alles Gute sendet Ihnen Ihr Bürgermeister Michael Behrens.